Trinkwasser bedeutet Leben und ist ein besonderes Gut, mit dem wir sorgsam umgehen sollten. Mit diesen Gedanken gründete Norbert Winkler 1989 sein Unternehmen zur Herstellung von Produkten zur Erfassung und Nutzung von Regenwasser. 50 Prozent des Trinkwasserbedarfs lassen sich so einsparen. Vom Ein-Mann-Unternehmen hat sich die Wisi AG aus Keffenroth heute zu einem weltweit führenden Herstellerunternehmen entwickelt. Die Erfindung und Patentierung eines selbstreinigenden Regenwasserfilters war der Grundstein. Ein sehr hoher Wirkungsgrad und die automatische Ableitung des Schmutzes sind die besonderen Merkmale. Heute bietet Wisi neben Regenwasserfiltern auch Pumpen, Regenspeicher und Versickerungsanlagen. Vom einfachen Einbau im Einfamilienhaus bis zur Bereitstellung von Kühl-, Lösch- oder Prozesswasser im industriellen oder gewerblichen Einsatz. Wisi bietet Lösungen zur Regenwassernutzung. Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Regenwassernutzungsanlage. Wisi AG – Haustechnik mit der Natur Wisi AG – Haustechnik mit der Natur Wisi AG – Haustechnik mit der Natur Wisi AG – Haustechnik mit der Natur